Ich bin Dr. Oliver Laik. Ich arbeite in der Praxis Zahnarzt am Rudolfplatz in Köln. Ich bin Zahnarzt für Implantologie, Ästhetische, Zahnmedizin und Zahnersatz. Ein Fokus hier in der Praxis ist auf jeden Fall die Behandlung von Angstpatienten. Das liegt uns allen hier sehr am Herzen. Man kann nicht einfach sagen, hallo, der Zahn hat ein Loch, jetzt fangen wir mal an. Denn viele haben die Angst entwickelt durch irgendein Negativerlebnis. Das hatte ich selber auch. Also ich habe das wirklich bildlich vor Augen, wie ich als Kind beim Zahnarzt war. Es wurde mir ein Milchschneidezahn gezogen ohne Betäubung oder irgendwas. Der hat einfach dran gerissen und mir liefen die Tränen runter. Also das war wirklich mein Erlebnis, was nicht mehr aus dem Kopf rausgeht. Und da ist es halt wichtig, vor allen Dingen ja mit ganz viel Geduld und wieder das Vertrauen herzustellen. Und dafür braucht man dann viel Zeit, viele Gespräche und dann fängt man mit kleinen Schritten an. Für mich ist Zahnarzt der absolute Traumberuf. Also ich würde es jederzeit wieder machen.